Dieses Video war echt eine Menge Arbeit und ich würde mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Danke und jetzt viel Spaß mit diesem 300 Abonnenten Special. Zu diesem neuen Video. Heute mal die Kirche in Rabenau. Was geht los? Da war ich ja heute mal pünktlich. So, also heute war es mal richtig pünktlich. Ich wäre mich fast verspürtet. Jetzt. So, jetzt läuten die Glocken. Klingt sehr, sehr schön wie ich finde. So, und jetzt machen wir natürlich wieder unseren Rundgang. Also, hat wieder... So, jetzt hören wir sie richtig gut. Richtig, richtig. Ihr habt es ja schon mal gehört, aber... Diesmal klingt sie eben richtig, richtig schön. Läuten kann. Entschuldigung, ich habe Schnupfen. Jetzt. Also irgendwie läuten die auch wandeln will. Gestern hat sie 10 vor 7 geläutet. Es ist wirklich sehr, sehr laut. Also, geht los. Leute, es geht los. Oh, deixa los. So, jetzt. So, jetzt. So, jetzt. Bei uns ja gleich wieder. Hier ist ein Kreuz. Wie gesagt, hier hinten ist keine Uhr, das heißt, hier können wir das Läuten richtig schön haben. Wie gesagt, hier hinten ist keine Uhr, das heißt, hier können wir das Läuten richtig schön machen. Meine lieben Freunde, ich danke jedem Einzelnen von euch, der diesen Kanal bisher unterstützt hat. Wir stehen jetzt kurz vor den 300 Abonnenten und ich werde dieses Video hochladen, wenn wir die 300 Abonnenten geknackt haben. Danke an alle von euch. Tschau.